Musik Ihr kennt ja alle uns Brettspielsuchtis, ihr kennt unsere Geschmäcker, ihr wisst was wir gerne spielen. Aber habt ihr schon mal darüber nachgedacht, mit wem wir eigentlich spielen? Wer sind die Gesichter hinter den Namen, die immer mal wieder erwähnt werden? Mit wem spielen wir? Und was sind die Lieblingsspiele unserer Mitspielerinnen und Mitspieler? In dieser Serie zu unserem siebten Kanalgeburtstag widmen wir uns den Lieblingsspielen unserer Mitspielerinnen und Mitspieler. In der ersten Staffel seht ihr Mario. Fastfood-Spielen einmal gespielt, wieder weg, ins Regal und neu gekauft. Versucht ein Spiel aufzubauen, was wahrscheinlich die Top-Tikse braucht. Michelle. Habt ihr das bewusst gemacht? Ja, ich wurde plötzlich von unten an ein Krabi. Und Lars. Unter anderem, weil Dr. Schnur dabei ist. Dr. Schnur ist ja genau. Mit ihren liebsten Spielen und Empfehlungen. Schaut rein, in den nächsten Wochen immer sonntags eine neue Folge, die Top-Lieblingsspiele unserer Mitspielerinnen und Mitspieler. Für alle unsere Kanalmitglieder sind alle vier Folgen ab sofort verfügbar. Sollte diese Serie gut ankommen, dann lasst uns natürlich jede Menge Kommentare und Feedback da. Dann starten wir im Anschluss direkt an die zweite Staffel und hoffen euch so unsere Spielegruppe nach und nach näher zu bringen. Und wünschen euch jetzt viel Spaß mit den Top-Spielen unserer Mitspielerinnen und Mitspieler. Bis zum nächsten Mal.